Willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich kann bei dieser Nachricht einfach nur den Kopf schütteln. Ich musste echt aufs Datum schauen, weil sowas ist eigentlich eine Meldung für den 1. April. Der SC Paderborn ist eine Kooperation eingegangen mit RB Leipzig, ja, dass sie halt immer Talente von den jeweiligen Red Bull Akademien bekommen quasi zum Ausleihen, dass Paderborn als so eine Art Ausbildungsverein für Red Bull Leipzig oder auch generell Red Bull fungiert. Ja, natürlich die Fans finden es zum Kotzen, wenn ich es mal ganz ehrlich sagen darf. Das ist wirklich, die Fans finden es zum Kotzen und das kann ich auch echt verstehen, weil man möchte als eigenständiger Verein dastehen und nicht als ein Ausbildungsverein von den anderen Bundesligisten. Natürlich kann man es schaffen, wenn man zwei, drei gute Spieler bekommt von Leipzig. Vielleicht mit deren Hilfe, beispielsweise John Kevin Augustin soll im Moment ein Kandidat in Paderborn sein. Sollten sie den bekommen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht der entscheidende Faktor sein wird, dass Paderborn vielleicht die Klasse halten wird. Und ja, glaube ich, dass sie da vielleicht ein, zwei Unterschiedsspiele haben können. Aber die sind dann noch Fly und sind noch eine Saison wieder weg. Man kann erstens gar nicht langfristig planen. Zweitens ist diese Kooperation, das ist, ja, das ist doch quasi schon fast so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, wenn Red Bull den eigenen quasi Ausbildungsverein selber in der Bundesliga hat. Paderborn wird hochgeschaukelt von, werden von Red Bull und das wird der nächste Plastikverein. Ich sage es jetzt mal, das wird der nächste Plastikverein werden, meiner Meinung nach. Was auch immer sich Paderborn dabei denkt. Sie haben doch das nötige Zeug, um die Klasse zu halten. Wenn es danach geht, sie haben doch ein paar ordentliche Spieler im Kader. Sie haben auch ein bisschen, die können es schaffen, die Spieler, die sie da eingekauft haben. Die können auch was reißen, wirklich. Das hat man ja gesehen bei Klima und Peckbetei. Da haben wir auch gedacht, das sind eher so Durchschnittsspieler, die sich richtig gut entwickelt haben. Und ich sehe es auch bei ein paar Spielern, dass sie sich unter Umständen richtig gut entwickeln können. Und warum macht man sowas? Ja klar, finanzielle Gründe. Aber für mich ist das völlig schleierhaft, warum man so eine Kooperation mit so einem in der Bundesliga verhassten Verein eingeht. Die Fans finden es zum Kotzen, habe ich ja gerade schon erwähnt. Und sie drohen jetzt da mit den Bundesligaspielen fern zu bleiben. Paderborn reitet sich damit in der Scheiße. Man möchte als eigenständiger Verein dastehen und nicht als Plastikverein von einem Großkonzern. Ja, das war jetzt mal das heutige Video. Ich weiß, es war ein bisschen umgangssprachlich. Aber bei dem Thema jetzt vernünftig zu argumentieren, ist echt schwierig. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet. Bitte schreibt mal eure ehrliche Meinung da rein. Von mir aus, macht es auch mal richtig hart, schreibt mal richtig hart eure Meinung rein. Spart nicht an Kraftausdrücken. Macht es einfach.